Damit haben GZSZ-Fans nun wirklich nicht gerechnet. Susan Sideropoulos kehrt nach über 10 Jahren zur RTL-Serie zurück. Und das, obwohl ihre Figur Verena Koch 2011 nach einem schockierenden Serientod die Sendung verließ. Die 42-Jährige ist nun mit einer anderen Rolle zurück vor der GZSZ-Kamera. Die Wahnsinns-News verriet sie auch auf ihrem privaten Instagram-Account. Mit den Worten, die gute alte Zeit ist jetzt und einem freudigen Tänzchen in ihrem Wohnzimmer. Unter strengster Geheimhaltung drehte sie seit vergangenem November gemeinsam mit Schauspielkollege Daniel Fehloh und dem ganzen Team in Potsdam-Babelsberg. Ab Folge 7686 wird sie als Sarah Elsässer zu sehen sein. Daniel Fehloh übernimmt seine alte Rolle als Leon Moreno. Die Folge wird am 18. Januar ausgestrahlt. Ein bisschen müssen sich die Fans also noch gedulden.